Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inball von Inballstarot.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben im Mai 2020 aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen. Dort werden alle Fragen beantwortet. Den Link zu deiner Jahreslegung, den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Karten hier finden kannst. The Soul's Journey Lesson Cards sind die. Und du findest dort Informationen zur Verlosung. Man kann bis am 31. Mai eine persönliche Session bei mir gewinnen. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du in der Infobox und im obersten Kommentar, okay? Schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig. Bei manchen sind gewisse Dinge schon passiert, bei den anderen werden sie erst später passieren. Und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Und eine Info noch an jene, die neu hier sind. Ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Visionen, inneren Messages und gehe dann zu den Karten über. So, gehen wir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock. Vom 1. bis 31. Mai, bitte. Liebesleben von Steinbock vom 1. bis 31. Mai, bitte. Okay, jetzt bekomme ich so Kopfschmerzen über den Ohren. Oberhalb der Ohren habe ich so einen Druck. Ja, es sind weniger Schmerzen, sondern eher Druck. Und zwar kommt es davon, dass ich meine Augen so zukneifen muss. Okay, ich fokussiere meinen Blick auf etwas. Etwas in der Ferne, ja. Ich versuche da etwas in der Ferne schärfer zu sehen. Es ist so weit weg, dass ich es nicht scharf sehen kann. Und ich muss da meine Augen so zusammenkneifen, um in die Ferne sehen zu können. Und das erzeugt so Druck über meinen Ohren. Die, die Brillenträger sind und ihre Brillen nie tragen, die wissen Bescheid, gell? Also ich habe meine Augen lasern lassen. Seither habe ich dieses Problem nicht mehr. So dieses ständige Fokussieren, dieses Augen zusammenkneifen, das führt dann zu Kopfschmerzen am Abend. Also, Steinbock, was genau versuchst du da zu sehen? Okay, du sagst jetzt, der Weg ist klar. Ich sehe den Weg. Der Weg ist eigentlich schnurgerade, sagst du. Der ist ganz gerade. Ich kann mich da nicht verirren. Ich weiß ganz genau, welchen Weg ich gehen muss. Ich versuche zu sehen, was da am Ende des Weges ist. Und weißt du, was das Interessante ist? Es geht dir nicht nur darum, was da auf der anderen Seite ist. Warte, ich muss das jetzt. Also, sagen wir mal, du stehst hier. Das bist du. Du fokussierst hier jemanden an. Und du versuchst, das hier zu sehen. Also, du weißt ganz genau, wie du hier vorgehen sollst, was du hier machen musst, was du hier tun musst, wie das hier als nächstes aussehen wird. Du wunderst dich, was danach sein wird. Du versuchst, darüber hinaus zu sehen. Steinbock, nicht einmal ich tue sowas privat. Ich bin Hellseherin und nicht einmal ich tue das. Warum? Du kannst noch so sehr berechnen und machen und tun, was hier als nächstes dann passieren wird zwischen euch beiden. Hier gibt es zig Komponenten, die weder du noch diese Person beeinflussen könnt. Und hier hast du vielleicht Komponenten, die du beeinflussen kannst, aber auch Komponenten, die du nicht beeinflussen kannst. Corona, hast du das entschieden? Lockdown, hast du das entschieden? Haben sie das entschieden? Nein, haben sie nicht. Deswegen. Das, was hier danach dann sein wird, Steinbock, das kann niemand sagen. Das kann niemand sagen. Man kann Karten dazu legen, Entschuldigung, man kann natürlich Karten dazu legen, aber man muss dann, sobald dieser Schritt hier erledigt ist, muss man dann nochmals Karten legen. Für das und dann dazwischen nochmals, weil sich einfach alles immer wieder verändert unterwegs. You know what I mean? Schauen wir doch mal. Steinbock. Steinbock, Steinbock, Steinbock. Du versuchst zu sehen, was dann danach sein wird. Es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn du, Steinbock, mal unter uns, ich kann dir sowas sagen, meine zwei sehr guten Freunde sind Steinböcke, wir haben es gut. Steinbock, Steinbock, ich glaube, du versuchst hier was herauszuzögern, hinaus zu zögern, weil diesen Widerstand, den hatten wir schon lange bei dir, diesen Widerstand zum Vorwärtsgehen, du bist sehr schüchtern, du bist ein sehr schüchterner Mensch und du versuchst da erstmal etwas vorauszusehen, das niemand voraussehen könnte. Und ich frage mich, wie du reagieren würdest, wenn ich dir jetzt hier die Karten legen würde und sagen würde, hey, das Ziel da, das du da anpeilst, über diese eine Sache hinaus, das sieht bombastisch aus, das sieht fantastisch aus. Ich frage mich, wie du dann reagieren würdest, Steinbock. Empathie. Ich bin bereit dazu, beide Seiten einer Situation zu sehen. Ich bin bereit dazu, beide Seiten einer Situation zu sehen. Steinbock, sagen wir mal, sagen wir mal, diese Person da, die du anpeilst, ist absolut bereit dazu, alles zu geben. Um das große Glück dann danach zu erreichen. Ich stelle die Karten jetzt nochmals so hin. Sagen wir mal, du bist hier, sie sind da, du versuchst das hier zu sehen. Du sagst, ich gehe jetzt auf diesen Menschen zu, aber ich will wissen, was hier danach laufen wird. Wie soll jetzt in dieser Situation dein Gegenüber dir irgendetwas versprechen können, wenn du dastehst, das hier anpeilst, ohne hier noch irgendetwas zu tun? Wie soll dieser Mensch, ohne irgendwas in der Hand zu haben, oder vielleicht sehen sie nicht einmal dein Gesicht, vielleicht hören sie nichts von dir. Wie sollen sie das hier überhaupt sehen? Oder du betrachtest von deiner Seite aus, betrachtest du Zukunft Nummer 1, Zukunft Nummer 2. Sie sehen hier gar nichts momentan. Ich bin offen dazu, eine Situation von beiden Seiten zu sehen. Und ich spüre bei einigen heraus, dass diese Distanz es dann auch für ihn, für sie sehr schwierig macht, diesen zweiten Schritt da überhaupt zu sehen. Die haben keine Ahnung, was bei dir läuft. Du weißt auch nicht so recht, was bei ihnen läuft. Schauen wir mal. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Steinbock vom 1. bis 31. Mai, bitte. Steinbock vom 1. bis 31. Mai, bitte. Sechster Schwerter. Es wird im zweiten Schritt, Steinbock, nicht einfach sein. Nein, ich kann dir jetzt momentan mit dieser Karte noch nicht versprechen, dass ihr da, sobald du mal diesen mittleren Teil da hinter dir hast, dass ihr dann super happy oder so seid. Nein, ihr nehmt die Probleme aus der Vergangenheit mit. Ich habe hier sechs Schwerter auf dem Boot. Findet ihr die Mitte? Ja. Sagt ihr beide, doch, lasst uns in die Zukunft blicken? Ja, tut ihr. Aber ihr nehmt da Dinge mit. Und die Dinge, die ihr da mitnehmt, die versperren euch ein bisschen die Sicht. Die Probleme aus der Vergangenheit. Gespräche von Herz zu Herz erwarten dich dort auf der anderen Seite, Steinbock. Gespräche von Herz zu Herz. Damit ihr einander versteht. Empathie wird hier aufgebaut. Damit du ihre Seite verstehst und sie deine Seite verstehen. Und ihr herausfindet, ob ihr beide die gleiche Vorstellung von Zehn der Kirche habt. Happy Family. Sehr schön. Gut, 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 gut. Okay. Du, ihr redet hier miteinander, oder? Deswegen könnt ihr diese zweite Etappe jetzt anschauen. Zuerst findet ihr zueinander. Du gehst zu diesem kleinen Bündel hier. Gehst du hin. Und dann schaut ihr gemeinsam darüber. Und versucht einander zu verstehen. Versucht zu verstehen, ob ihr die gleichen Vorstellungen von der Liebe habt, vom Glück habt. Und schaut, wenn ihr beide Empathie, Verständnis füreinander zeigt. Wenn ihr beide bereit dazu seid, beide Seiten einer Situation zu sehen. Siegt die Liebe. Und die Probleme zwischen euch sind behoben. Sechster Schwerter, sechster Stäbe. Damit ihr beide einander verstehen könnt, ist es ganz wichtig, dass ihr beide euer Mindset auf eine profunde Art und Weise komplett verändert. Ihr müsst hier regelrecht ein Land verlassen und auf eine andere Insel gehen, zu einem anderen Land gehen, um einander zu verstehen. Ihr müsst es hier schaffen, euch auf einer ganz anderen Plattform zu treffen, wie bisher. Leader, 5. headset esquererapart, und der hierover Spiel, die erste Stäbe. 2. Stäbe, 3. Stäbe, 3. Stäbe, 4. Stäbe, 5. Stäbe, 4. Stäbe. Teamwork, Teamwork an einer gemeinsamen Zukunft, mit Ehe, Familie, das hier geht in Richtung Familiengründung. Hier arbeitet man gemeinsam an der gemeinsamen Zukunft. Das sind jetzt, nachdem ihr ihre Probleme zurückgelassen habt, so wäre es, dass ihr Probleme habt und dann siegreich draus rauskommt. Hier ist das Negative vorbei. Ihr habt gesiegt und jetzt arbeitet ihr hier gemeinsam an eurer gemeinsamen Zukunft. Fünfte Karte, fünfte Karte. Es geht hier jetzt um die Ehe. Für jene, wo Ehe möglich ist, bitte sehr. Es geht in Richtung Ehe. Warum? Weil ihr verstanden habt, weil ihr offen dazu wart, die andere Seite einer Situation zu sehen. Nicht nur eure eigene Seite. Diese Legung geht an Steinbock und Herzensdame. Herzensmann, ich habe hier Schütze und Steinbock, Stier habe ich hier sehr stark liegen. Schütze, ja, Schütze sehr stark und Stier. Wenn ihr beide es schafft, beide Seiten einer Situation zu sehen, dann werdet ihr an einen Punkt kommen, wo ihr wirklich dead at dead, Kopf an Kopf, im positiven Sinne, in Richtung heiraten geht. Erste Stufe. Und das ist das, was du sehen wolltest. Da hast du es. Deswegen hast du die Augen so zusammengekniffen. Ja, Steinbock, was tust du jetzt? Ich habe dir jetzt vorausgesagt, hier. Es kommt ein Happy Ending. Was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Empathie wird hier sehr, sehr wichtig sein zwischen euch beiden, okay? Ich ziehe hier mit dem Hexentarot zwei weitere rein, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann werden wir sehen, wann das ungefähr stattfinden wird, okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video, in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.